Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vor allen Dingen lieber Herr Kollege Gehring, ich gehe davon aus, Sie haben sich den Antrag durchgelesen. Der Antrag ist nicht unterkomplex, wie Sie sagten, sondern er ist übersinnig, nach meiner Auffassung. Wir sind uns, glaube ich, hier alle einig, dass wir beim Antrag Dinge berücksichtigt haben, die uns allen wichtig sind. Das heißt, wir wissen, der Transfer von guten Ideen, von Ideen aus der Grundlagenforschung bis hin zum marktfähigen Produkt dauert einfach zu lang. Wir haben die Zeiten gehört, 14 Jahre, es ist gerade bei Medizinprodukten extrem schwierig, wenn es um sogenannte Schrittinnovation geht, weil da der Zeitraum viel, viel kürzer sein muss, damit man überhaupt in der Weltspitze noch mitspielen kann. Wir müssen darauf achten, und da sind wir uns auch alle einig, dass Deutschland als Standort, um an der Weltspitze weiter mitspielen zu können in dem Bereich, innovativer, aber auch unbürokratischer in einigen Punkten werden muss. Und drittens, wir müssen Interdisziplinarität stärken. Das ist schon mehrfach hier angeklungen. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass Medizin und Molekularbiologie beispielsweise miteinander kooperieren, sondern da geht es ganz konkret darum, dass Wissenschaft und Wirtschaft, auch Unternehmen, Frau Kollegin Vogler, miteinander kooperieren. Und deshalb finde ich es immer so schade, dass wir in der Diskussion hier so tun, als sei gerade der Gesundheitsforschungsbereich, als sei gerade der medizinische Bereich ein Bereich, wo es ausschließlich um altruistische Dinge ginge. Natürlich geht es auf der einen Seite darum, um Altruismus, aber auf der anderen Seite Altruismus natürlich, unter dem Aspekt, wo wir alle einig sind, dass es um die bestmögliche Patientenversorgung geht. Aber um diese Patientenversorgung zu erreichen, müssen wir doch auch Unternehmen, die forschen, Unternehmen, die gute Ideen haben, die dies in marktfähige Produkte umwandeln, unterstützen. Und da können wir nicht jedes Mal nur schlecht über dieses Unternehmen reden und können sagen, das sind Unternehmen, die nur Gewinnmaximierung betreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage der Translation ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass wir über Volkskrankheiten reden. Volkskrankheiten, Krebs, Adipositas, Diabetes ist ja auch schon erwähnt worden, sind die Leidende unserer heutigen Gesellschaft. Und deshalb ist es ja gerade so wichtig, dass wir in dem Bereich Forschung, interdisziplinäre Forschung weiter unterstützen. Und wir haben es ja in vielen Bereichen gesehen, wenn ich da an die Onkologie denke, da ist in den letzten Jahren, gerade im Bereich der Immunonkologie, sind riesige Fortschritte passiert. Man kann von Revolution reden. Das heißt, wo der komplette medizinische Forschungsbereich auf den Kopf gestellt wurde. Und insofern ist es ja gerade auch vor dem Hintergrund von Big Data, wir reden immer über große Datenmengen, die da anfallen, so wichtig, dass wir klinische Ergebnisse, dass wir Ergebnisse aus klinischen Studien auch für weitergehende Forschung nutzbar machen. Und insofern... Wie wäre es dann, wenn Sie verpflichten, registrieren und veröffentlichen zu lassen? Ja, wir sind ja momentan bei der Diskussion der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, gerade bei diesem Punkt. Da geht es ja darum, dass man Ergebnisse aus klinischen Studien für weitergehende Forschung nutzbar machen kann. Und deshalb unterstützen Sie uns doch und tun Sie nicht immer nur so, als würde das in der Schublade verschwinden, sondern unterstützen Sie diesen Antrag, weil dieser Antrag ist ein sehr, sehr gutes Mittel, dass wir auf diesem Weg etwas weiterkommen. Und bei der gesamten Frage nach Big Data, nach innovativen Ansätzen, müssen wir viel stärker dazu übergehen, dass wir in Richtung Smart Data gehen. Es geht ja konkret darum, dass wir diese guten Forschungsergebnisse, die wir haben, auch weitergehend nutzbar machen können. Und da können wir nicht einfach nur sagen, wir halten die unter Verschluss, sondern sie müssen gerade in diesem Kontext besser genutzt werden können. Und wenn wir über Forschungsbereiche sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie wir in diesem Bereich auch zu innovativen Ideen, die dann letztendlich in der Gesundheitsversorgung landen sollen, kommen, dann müssen wir auch an der Gründermentalität in unserem Land etwas ändern. Und genau das macht dieser Antrag. Dieser Antrag ist dafür da, um gerade junge Forscher, um junge Unternehmer-Start-ups zu motivieren, ihnen zu sagen, ihr könnt in Deutschland forschen. Deutschland ist Forschungsstandort und ihr habt eine Zukunft für eure Produkte. Und ich persönlich habe manchmal den Eindruck, dass wir von den Mentalitäten vollkommen anders ticken. Die Amerikaner sagen, sie haben eine gute Idee, that's a good idea, let's do it. Die Asiaten haben manchmal so ein bisschen die Mentalität, sie sagen, that's a good idea, let's copy it. Und wir Deutschen haben zu häufig die Mentalität, that's a good idea, let's regulate it. Und da wollen wir eben gerade nicht hin. Und deshalb bitte ich, ich habe Unterstützung für diesen Antrag und hoffe, Sie können diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege René Röspel.